Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gears Tactics. In dieser Folge sind wir unterwegs und bekommen unsere erste Sniper Klasse. Das wird ziemlich geil, also zieht es euch auf jeden Fall rein. Wenn ihr mit mir spielen wollt, oder mit ein paar anderen Jungs, ich habe einen Discord Server und auch eine Steam Gruppe, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und wenn ihr den Escape from Tarkov Content vermisst, dann schaut doch bei mir auf Twitch vorbei, denn da läuft der hauptsächliche Escape from Tarkov Content. Ich will den YouTube Kanal ein klein bisschen freiräumen für andere Projekte. Also wenn ihr Bock auf Tarkov habt, findet ihr mich unter twitch.tv redsun-gaming-tv fast jeden Wochentags, Nachmittags oder Abends. Schaut da gerne mal rein, lasst mir ein Follow da. Und ja, viel Spaß mit der Folge. Tschüss! Whoever it is, we've got to help them. And who knows, maybe they can help us too. Ich will die Kochen rein ein. Of euber bin SP's! Ich protect mich für die arsenal auctions habe! Maric ist immer so schwer ber�ut! Over-samoiteρόl! Greetings auch nicht! Neему- Das war's für heute. Halt zurück! In der Mammoth! Sivvies. Runnen ist all der Good for. Sie schießt besser als du. Okay! Protekt that Truck! Ich weiß nicht, wie lange die Armour auf der Rigg wird. Also, Hustle up da. Wir müssen ihnen eine Kampfbewegung geben. Wunderbar. Sieht aus, als hätten wir nach der Runde. Sieht aus, als hätten wir nach der Runde. Vielleicht eine Scharfschützin hier. Wen haben wir denn gerade? Moving up. Scanning now. Er kann nicht so weit. Wie geht es runter zu Siv? Der gute Alien müsste es sein, oder? Was? 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 Ja mal wieder zu fahren. Let's go. Rendo mal, dann probiere ich das Krate. Lass mich mal kommen. Wir laden nach und gehen gleich wieder auf Overwatch. Wir sollen sieben Gegner im Overwatch töten. Wie viel Schuss hast du noch 3? Ist definitiv auf Overwatch. Wie sieht es bei dir aus? Einer noch. Nachladen und draufhalten. Okay, wir sind auf! Halt! Almost down! Out of ammo! Protektor! Rup! 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 Er kommt hier nicht durch. Das können wir vergessen. Rup! Ja, dann bleibt mal da stehen. Man kennt das da in Deckung geht aber hat mich verklickt. Ok, dann kommt man da durch. Ah, dann kommt man da weg. Oh, dann kommt man da weg. wenn er so offen steht danger ist we'll vibe at it more time's up I've got overwatch for me men in the world overwatch Heheheheh Wir lassen ihn mal ein bisschen weiter vorrücken, wir müssen mal in die Richtung von dem Truck Gehen wir hier oben wahrscheinlich Nein Wunder von der Granate Tu mir den Gefallen, ja mach die drei platz Und dann hältst du mal die Overwatch hier rein Der würde auch schießen Ich muss ihn irgendwie Gut All right Wir sind Jetzt Schöne Jetzt Schöne 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 Ja mach mal Sehr gut Die Overwatch-Ability ist einfach das Beste. Er kann nämlich da lang, in die Richtung Overwatch geben. Und du, mein Freund, du darfst schießen. Oh, schön abgedeckt, alles. Wo will er denn eigentlich hin? Ja, was macht er? Was hat er vor? Gut. Settel, wie viel Chance hast du den zu treffen? 18 Prozent. Wir gehen noch ein Stück näher hin. Du darfst den killen, Alien. Wir gehen noch ein Stück näher hin. Ich bin da, was ich nicht. Ich bin da, was ich nicht. Wir gehen noch ein Stück näher hin. Wir gehen noch ein Stück näher hin. Wir gehen noch ein Stück näher hin. Der Kuch ist vorbei. Wir haben die Ordnung. Ich kann das nicht. um wasser 5 punkte das ist gut immer hier will die hier drüben durch haben und er hat auch noch einen da oben Die sind los! Die sind los! Die sind los! Die sind los! Die haben ein paar Segel! Auf der Anstieg! Ah, das ist doch Bullshit, ich bin so nah ran gelaufen. Jetzt muss ich mal Gas geben. Sie machen eine Bewegung! Schuss mit Wunschung! Es ist schon mal Zeit. Gehen wir raus. Das war jetzt nicht sein scheiß Ernst, oder? Schauen wir ob der Support mal den trifft Wow sehr gut Grab das mal Oh, Sid kommt hier gleich dazu Weil der ist mein Granatenmann Oh scheiße Glück gehabt Okay, okay, okay Jetzt beruhigt euch mal Ach du heilige Scheiße Der erstmal auf die Bretter Dann über die Bretter Wenn ich hier sitze Okay. Oh, hier müssen die alle wegarbeiten. Das wird echt gefährlich, Leute. Scheiße, zwei von den Hanswursten, die werden auf Alien losgehen. Jetzt wird's übel. Ja, das war klar, die gehen jetzt weiter auf Alien ab. Die werden ihn wahrscheinlich auskauen. Gut, alles. Gut, alles gut. Ach, scheiße. Die haben ja diese Fähigkeit. Oh, ich hab das vergessen. Ich hätte schießen sollen. Ja, klar, das Loch, da kommen immer mehr raus. Oh, ich hab das Gefühl. Der Alien muss durchhalten da hinten. Ja, was ist denn hier los jetzt? Okay, das Spiel spackt ab. Jetzt, nee. Nee, nee, ich brauche Sit. Oh, Leute, was ist denn jetzt los? Geht's jetzt wieder? Noch vier Runden. Nun, der hat keine zweite Chance mehr. der wird sterben glaube ich an die 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 Der 5. Alien ist damals auch schon in Darkest Dungeon zuerst geschnitten. Wow, aber jetzt gehen alle auf die Bretter. Der 5. Alien ist damals schon in Darkest Dungeon zuerst. Ich bin nicht fertig. Die Räume sind frei. Ich bin auf, ich bin auf. Okay, ich bin gut. Ich glaube Sip muss das am Ende regeln. Ich bin auf. und dann erst auf ihn ich glaube der trifft mich das ist nicht der scheiß ernst dass der jetzt nicht auf die bretter geht oder ja das war klar ich muss ich muss versuchen und kommen die uns hier überlebt das dann krieg ich mal in seine richtung und all right grubs time to stretch my leg Komm noch mal. Schade. Aber ich habe meinen eigenen niedergeschossen. Geil. 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 Funktioniert das Spiel nicht. Schrauben Sieg. Schrauben Sieg. Wir sind hier. Schrauben Sieg. Schrauben Sieg. Schrauben Sieg. Sie kommen aus der anderen Seite. Schrauben Sieg. Berserker Modus. Ein Schuss reicht noch für Overwatch. Schrauben Sieg mit den Hans Wursteln. Ich bin weg! Ich bin bereit! Okay. need ammo ja einer hat drei bahn Ich kann das nicht mehr tun. Das klauen wir nicht mehr. Wir sind hier. Aha. Ich kann das nicht mehr auch nichts machen. Scheiße! Na gut. Glück gehabt. Darum wollte ich eigentlich. So wollte ich mich drehen. Genau. So wollte ich es vorhin auch machen. Sollte Arbeit! Sollte Arbeit! Location secure! Now, wir machen sicher, dass alle in einer Seite sind. So viel für Gratitude. Wir sind nicht hier fertig. Mit ihnen? Nein! Und du kennst warum. Perfekt. Hey, da. Looks like we came just in time. Listen, fascist. Your hammer strike took everything from us. Don't you come here looking for things. So here's what I see. Guts. But no discipline. If we hadn't picked up your distress call, you would have been overrun. We can help each other. Join us. All right. Here's what I see. A bunch of lost fascists so desperate for warm bodies, they want to conscript civilians. Hm. You're hunting that crazy locust. UConn. What do you know about him? Enough. Places he goes. Show me. Maybe for the right price. But the start is busted. So unless one of your goons is a mechanic, we're not going anywhere. Hm. I think I know a guy. Hehehe. 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 Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich hoffe ja, dass wir die gute Dame als Sniper-Unterstützung bekommen jetzt, wo wir Alien verloren haben. Tut mir leid, mein Freund. Hehehe. 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 Also ich würde sagen, trotzdem recht lohnenswert. Ah, deswegen spackt es rum. Ich habe einen Controller angeschlossen. Hehehe. 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 den Boden und hat äh, ja. Okay, Leute. Irgendwie. Ich schaue mal, ob so ein Controller geht jetzt. Ja, mit dem Controller geht's. Schaue mal, was es hier noch so zu holen gibt. Eine Armor. Und noch ein bisschen Armor. Und noch ein bisschen Armor. Und tatsächlich noch ein bisschen Armor. Was soll man da noch sagen? Wir gehen mal in die Baracken. Ah, Side-Missions. Sehr cool. Okay, natürlich, äh, haben wir einen Helm für ihn? Nein. Was hat er denn hübsches? Ah, ja. Also, da geben wir ihm mal nichts. Ähm, was hat er denn eigentlich an? Oh, er kriegt die Evasion-Schuhe. Ja, und wir haben sie tatsächlich als Sniper bekommen. So, du bekommst die, die Tank-Rüstung. Oh, ist das da? Dann kriegt er noch die hier. Und da haben wir sie. Miss Dawn. Kann man, kann man ihr schon was anziehen? Diese Blitzrüstung, keine Angst. Sie bekommt jetzt auch noch, ihr seht's live, wie sie die Farbe bekommt. Aber das, den Rest mach ich da auf jeden Fall off-cam. Weil hier sieht man das halt gar nicht, ne? Aber ist okay. Äh, sie bekommt dann auch noch diese, äh... diese Shadow-Boots. Genau. Denn sie wird ja weit, weit hinten bleiben. Natürlich wird sie verchromt. Kommt dann was Camouflage, das ist ja unsere Standard-Ausrüstung. Tja, Alien ist leider Geschichte. Deswegen schauen wir, dass wir unsere anderen Jungs natürlich dementsprechend... Äh, 30% Health. Ja, da bekommst du dann noch die hier. Und Simon, unser Supporter, der echt gute Arbeit geleistet hat. Der bekommt für... Ja, den Utility-Belt für die Slim-Granaten. Waffenteile haben wir keine bekommen. Wir schauen uns noch ihre Skills an. Wenn ich wüsste, wie das mit dem Controller geht. Da ist ja der Skill-Tree. Oh, wow. Shot and if the target is downed or killed, this unit reloads. Geil. Was haben wir hier noch? Prezisions-Schuss. Ja. Leute. Das passt. Wir haben endlich eine Scharfschützin. So, die werde ich jetzt noch fertig lackieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Reinschreiten. Ab in den Absprung. Wir sehen uns 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 in den Absprung. Vielen Dank.